Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von mir. Ich habe jetzt mal ein Experiment, ich weiß aber nicht ob das so funktioniert wie ich es gerne haben möchte. Da man ja hier im Hintergrund noch das normale Minecraft Spiel sieht, da ich mich aktuell selber filmer, da dieses Fluttervieh. Direkt vor dem Kreis dreht, das bin ich. Ich fühle mich gerade ausnahmsweise mal selber, da ich vorhabe diesen Berg, den man da sehen kann, abzubauen. Und ich dachte mir damit, ich filme mich mal selber dabei. Problem ist halt nur daran, es läuft über einen und selben PC und es ist ein Modpack und nicht einfach nur Vanilla. Das ist das Problem daran. Deshalb wird es ein bisschen schwierig, das einstündig zu filmen, aber ich hoffe, ich kriege das hin. Ich muss nur kurz mal noch was craften. Dauert kurz einen Moment. Dann bin ich offiziell komplett verfügbar und ich merke gerade, ich bin voll. Ich bin komplett gefüllt. Ich möchte nur das halt schnell abtragen, den Berg. Das wird nochmal eine Zusatzfolge. Es waren heute schon drei Folgen. Ich weiß. Aber das ist jetzt auch nicht ganz so schlimm. Ich dachte mir nur einfach, man möchte vielleicht auch mal sehen, was noch so off-screen abgeht und so. Deshalb habe ich mir jetzt einfach mal gedacht. Ich dachte mir mein Computer nochmal, das zweite Mal und nehme das dementsprechend auf, was man da sieht. So, aber ob das jetzt so ruckelfrei und fehlerfrei wird, ich weiß es nicht. Das soll dann einfach nur als Timelab wieder laufen. So, in etwa, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das jetzt genau machen will, aber so in etwa so nach dem Stand sollte es eigentlich korrekt erklärt sein. Und deshalb habe ich jetzt nicht gleich sinnlos rum, lebe ich lange um den Brei, sondern ich werde zusehen, dass ich gleich das als Craft, was ich brauchen werde. Und sobald ich das fertig habe, das dauert jetzt noch fünf Sekunden oder zehn Sekunden. Und dann werde ich auch gleich anfangen abzubauen. Und wow, ich wünsche euch dabei viel Spaß mir zuzuschauen. Und dann werde ich diesen Berg abbauen, werde ich jetzt mein Mikro abschalten. Ganz kurz. Und viel Spaß bei der Folge. Okay. Amen. 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 So. Ups. Scheiße. So, dann, endet unsere Folge. Die Special Folge genau an dieser Stelle. Der kleine Berg ist weg. Genauso wie es vor hatte. So. Bei der nächsten Special-Folge kommt das Stück hier dran, da werde ich das dann ein bisschen hinwegrasieren, vielleicht noch ein Stückchen weiter, mal gucken, mir geht diese Wind- und Wunderwelt, lass euch auf den Sack, andauert überall Schnee, man sieht es hier überall, Schnee, Schnee, hier wo man hinguckt, nur Schnee, na gut, dann sage ich jetzt mal, ciao, von einer anderen Perspektive, und, ja, schaut auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es wieder heißt, äh, Weihnachtsbit, äh, Special, Spezial, meine Fresse ist ein schweres Wort, alles klar, dann, ciao, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.